Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Rechnung. Ja, wie ihr seht hat sich ja nichts gemacht. Ich habe Stufe 18 erreicht und ein bisschen umgeskillt. Habe einfach ein paar Reisequiz gemacht. Ich habe jetzt nicht viele Items bekommen. Diesen Stab, antiken Stab des Blitzes, aber er ist nicht so gut wie der Grüne. Aber einfach mal zum Anschauen habe ich ihn mitgenommen. Ja, die sind nicht zu stark. Die können wir eigentlich fortlegen. Und der Ring auch. Ja, die können wir fortlegen. So, noch ein paar Magnanit Stücke gesammelt. Ich weiß jetzt nicht wie viel, als ich vorher hatte, aber ich habe viel gehabt. So, nehmen wir kurz hier noch eine Quest an. Und dann gehen wir Richtung Emerald Hügel oder so. Wir gehen nach Goblinberg, da hat es zwei Quests. Okay. So, ja. Ich bin heute aufgemacht mit Muskelschmerzen, also Muskelkater und ja, momentan habe ich nichts anderes vor, als Let's Playen, damit meine Muskelschmerzen ein bisschen runter gehen, ein bisschen schonen. Ja, das kann passieren, wenn man den ganzen Tag Fußball spielt und nicht viel dehnt und so. Tja. Aber eben, ich habe immer etwas anderes zu machen, wenn es mal etwas nicht geht oder so. Das ist gut. So, hier müssen wir Goblin, Krieger, Meister und ausgewachsene Wölfe töten. Hier hat es ausgewachsene Wölfe. Ich nehme meinen Kaffee mit Milch. Okay. Und ich habe noch keins morgen gehabt. Okay. Eins vom Fünf. Ich nehme den Kords. Moment. So. Das Problem ist generell schon genug. Ach komm schon, ist irgendwie ein Programm hinten dran offen? Wahrscheinlich das Millbeseitungsprogramm. Na mein Gott. Okay, ich musste kurz Rechnung neu starten. Keine Ahnung, was da los war. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Aber es ladet irgendwie nicht. Oder liegt es uns Fraps wieder? Keine Ahnung. Ach komm schon. So, jetzt. Okay, ich will noch kurz fragen, ob jemand eine Gelde für mich hat. Nette Beschwererin sucht nette Gelde. Ähm, 018. Sucht nette Gelde. Okay, wir machen weiter. Okay. 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 Steht doch da Level. Nein, was ist mit dem Beschwerer los? Tests werden sie. Oh, das ist der Hand für, ja, 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 ja. Okay, ich komme gerne. Green Hell, okay, der Name ist jetzt nicht gerade nett, aber wenn wir wollen. Okay, es geht auch so mit dem, kurz Aufnahme wenden, Aufnahme starten. Goblin, äh. So, haben wir eine Gilde gefunden, zum Glück. Das ist jetzt wieder der Hand für, ja, da unten gibt es endlich mal noch einen, aber das ist Togo. Mist. Mist. Wieso sind die so selten? Komisch, irgendwie ist die Tauer verpackt. So, noch drei. 26. Ich bin eigentlich ein, ein Mann. Irgendwas ist mit diesem. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Leben oder so. Okay, geht. Ich habe für meine Videos mal eine Frau. So, genau. Wahrscheinlich habe ich gefragt, ob ich jetzt bleibe. Also, jetzt haben wir hier Leben. So. So, so leicht ist es für den Beschwerer anlegen zu kommen. Okay, gut. Ja, zum Glück spielen, nicht so viele Kiddies in Champions of Regnum. Ich habe jetzt drei Gilden hintereinander, die gleichhaltige haben. Das ist sehr gut. Und jetzt, also, ja, jetzt bin ich in einer neuen. Endlich. Tut gut. Gut. Ach bitte, was ist heute wieder los? Gott, oh Gott. Okay, ähm, sorry, dass ich nicht kurz aufgenommen habe. Wir haben nur ein bisschen geredet. Und ja, dieses FREPS macht momentan wieder Probleme. Ich konnte es nicht beseitigen. Ja, okay. Aber wenigstens habe ich jetzt eine Gilde. Und ja, toll. Sie macht recht viele Sachen. Ja, leider momentan in den letzten Tagen weniger. Aber ja, das wird sich dann wieder ändern. Okay. Also er sagt, es macht nichts, wenn ich am 10 nicht online bin, weil ich ja viel zu tun habe. Und ja, viel hochzuladen habe. Das wird der K도 angeht. Es ist 8 und 5. Wenn ich das K dedans habe, dass ich das KKO habe. Vielleicht ist das Kko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Das ist natürlich nur ein K Allen. Nein! Ich werde das KOK machen. Hör mal nicht. Ich habe was mit mir ein Kärlek. Ich hoffe, dass ich mich aus ein Karten habe. Also habe ich mich aus einer Karte. Ich war auch immer Trollen dort. Macht. Ah. Zeig mal. Ich natürlich nicht. Ich habe leider noch nichts Gutes. Vor allem nicht für einen Baba. Ja toll, jetzt lagts wieder. Ich habe gerade einen harten Kampf mit Raps. Mit Raps. Mit Raps. Mit Raps. Mit Raps. Mit Raps. Ich habe eigentlich immer 60 FPS und dann geht es plötzlich auf 3 FPS runter. Und dann geht es einfach um die Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.